Wie wir Ihnen noch einmal zeigen wollen und der, warum deiner Meinung nach so passiert ist, wie er passiert ist, Armin. Ja, ich kann das nur vermuten. Der Thomas hat mir heute einen sehr, sehr aggressiven Eindruck gemacht und er wollte schon im ersten Trainingsdurchgang wissen, was die Schanze hergibt. Ist voll auf Attacke gesprungen und im zweiten Durchgang, von der Bindung her, gibt es keine Fehler. Nur der linke Schi, der fährt ihm weg und der schmiert dann ab und jetzt streist die Strömung ab und jetzt in der Oberluft und hat keine Chance mehr, den Sprung irgendwie zu korrigieren. Vielleicht hat er ein bisschen zu spät angefangen, überhaupt zu korrigieren. Vielleicht auch im Mitgrund mit seiner litierten Hand, dass er einfach da ein bisschen gehandicapt war. Das Ganze eben, der zweite schwere Sturz von Thomas Morgenstern in diesem Winterbestürzung natürlich auch auf dem Trainerturm. Unglaublich, wie viel Pech kann ein Athlet haben?